Oh, das habe ich beim ersten Teil, als ich selbst durchgespielt habe, gefunden. So ein Relikt. Aber bei euch nicht? Das macht allerdings nichts. Dr. Casey würde die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Er ist besessen von diesen Proteanern. Er würde für ihre Geheimnisse alles opfern. Es hat mich beinahe mein Leben gekostet, aber ich habe es für dich getan. Helen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die verdammten Kollektoren waren einverstanden im Austausch gegen diesen Proteanischen Fund, deine Kolonie zu verschonen. Ich kann nur hoffen, dass du von all diesen schrecklichen Vorkommnissen verschont geblieben bist. Es war alles für dich, Dr. Robert O'Loy. Oh, okay. Wollen wir das Relikt mal untersuchen? In einer epischen Zwischensequenz. So ähnlich sah das im ersten Teil auch aus. Okay, nicht ganz so cool. Was macht das überhaupt? Warum hat Shepard es berührt? Oh. Bäm. Jetzt ist es so klein, aber es scheint extrem schwer zu sein. Stufenaufstieg. Wow, nicht schlecht. Forschungsstation von Dr. Casey gefunden. Proteanisches Artefakt sichergestellt. Ja, biotischer Verstärker. 7500 Credits. 1500 E0. Kein Tooltip. Ist auch ein Tooltip. Haha, am besten wäre, wenn Sie da unten informieren würden, dass es Tooltips gibt. Hey, schauen Sie doch mal hier runter. Hier gibt es Tooltips. Awesome. So war es das jetzt dazu. Gibt es eine kleine Missionsbesprechung oder so? Oder gar nichts. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Auf Wiedersehen. Das wäre alles. Ich bin hier, Vincent. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Vier Stück. Artefakte katalogisiert. Projekt Feuergänger. Die von Ihnen gesammelten Artefakte geben uns vielleicht Hinweise auf eine größere Fundstätte der Proteaner. Sie sind für Historiker von unschätzbarem Wert und könnten für unser Verständnis des Vermächtnisses der Proteaner ausschlaggebend sein. Ausgezeichnete Arbeit beim Eindämmen der Gath-Präsenz, Commander. Wir halten Sie über weitere Gath-Aktivitäten auf dem Laufenden, sofern Sie die Mission gefährden. Okay. Daten zur Atmosphäre erhalten. Auch von Projekt Feuergänger. Commander, ein überaus fähiges Team, analysiert derzeit die von Ihnen beschafften Daten über die Gath-Forschung zur Veränderung der Atmosphäre. Hoffentlich können wir daraus neue Methoden des Terraforms für künftige Kolonien ableiten. Die Tech in den Sendern enthielt auch Innovationen auf dem Gebiet der Kommunikation und wird uns dabei helfen, bessere Systeme zur Unterdrückung des atmosphärischen Rauschens zu entwickeln. Es gibt auf diesem Planeten keine Anzeichen proteanischer Aktivitäten. Alarm, Sicherheit gefährdet. Projekt Feuergänger. Das war knapp auf Karum to Shepard. Bei der Analyse des Senders, den Sie zur Übertragung Ihrer Funde benutzt haben, ist eine beunruhigende Tatsache ans Licht gekommen. Die MSV Rosalie hat ohne Autorisierung Signale an einen unbekannten Zielort gesendet. Vermutlich verfolgen die Gath auf diese Weise Dr. Casey und Dr. Oloi. Wir konnten aus den Daten außerdem die genaue Position von Dr. Cases proteanischer Fundstätte entnehmen. Er war überzeugt davon, dass dort eine Enthüllung von bahnbrechender Bedeutung wartet. Sie sollten schnellstmöglichst dorthin fliegen. Naja gut, das haben wir ja schon gemacht. Historische Entdeckung. Der Energieschob, der mit ihrer Beschaffung des proteanischen Artefakts zusammenfiel, enthielt verschlüsselte Informationen. Die meisten Daten konnten wir nicht aufhaken. Aber was wir entschlüsselt haben, eröffnet uns neue Wege in der Erforschung von Energieumwandlung und Biotik. Die Wissenschaft wird damit noch Jahre beschäftigt sein. Klammern, vielleicht Mass Effect 3. Den Daten zufolge ist das Objekt derzeit inaktiv und stellt keine Gefahr dar. Allerdings fragen wir uns, ob Dr. Casey seine Geheimnisse gelüftet hätte, falls er mehr Zeit gehabt hätte. Wir werden seine Forschungsarbeit fortsetzen. Ein historischer Fund für die Menschheit. Gute Arbeit, Shepard. Okay. DLC hatte jetzt ein schönes Fahrzeug, aber so storymäßig war es fast unbedeutend. Beziehungsweise jetzt für diesen Teil selbst. Ach, da ist das mal. Mothen Portal. Ne, ich bin über das Ziel hinausgeschossen. Bortos. Ähm, Treibstoffdepot. Ich fliege dich an, um zu tanken. So, dann gehen wir ins Massenportal. Ha, was machen wir als nächstes? Wir könnten die Bloodpack-Basis zerstören. Das ist sogar eine sehr schöne Idee, das mach ich. Das wird wahrscheinlich ganz schön anstrengend. Piu. So, 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 so. Oh, die sind ja direkt an der Sonne. Zater Bann. So, Anomalie geortet. Scans zeigen eine behelfsmäßige Basis auf der Planetenoberfläche. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen des Bloodpacks. Zahlreiche Lebenszeichen geortet. Watcher-Signaturen. Ressourcen in der Basis sind Komponenten zur Waffenherstellung. Ja, das ist nicht falsch. Lehen Sie sich kurz aus der Deckung, wenn Sie hören, dass der Beschuss der Feinde, äh, durch den Feind unterbrochen ist. Ja, ja. Oder man guckt einfach. Man sieht es auch ganz gut. Muss ich dazu sagen. Ach. Ach, so, Watcher. Das heißt, wir nehmen diesmal Miranda mit und Mord ihn. Einfach nur, so. Drei Punkte. Worauf? Auf Schmettern? Nee, auf den Betäubungsschuss. Vielleicht kommen noch einige Gegner mit Barrieren und dann muss der Betäubungsschuss einfach noch stärker sein. Wir fliegen jetzt wieder mit dem Normalschatten. Naja, macht ja nichts. Ich orte eine große Energiequelle innerhalb der Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Okay. E.D. Wie du meinst. Gibt's hier irgendwas in der direkten Umgebung? Vom Shuttle wahrscheinlich wieder nicht. Ja, es sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Ein hübscher, äh, Gartenplanet anscheinend. Ja, und wir sind natürlich direkt neben dem Datenpad gelandet. Kalusk, Sie bekommen Ihre Ressourcen, wenn alles bereit ist, oder wollen Sie selbst danach graben? Alles wird für den Angriff vorbereitet sein, wenn Sie mir die zusätzlichen Wortscher wie angefordert besorgt hätten. Wäre die Sache längst erledigt. Salamul. Ja. Mann, das Gras bewegt sich leider nicht, sonst wäre das noch schöner. Sonne! Okay. Noch mehr Datenpads. Immer interessant. Kalusk. Ich schicke Ihnen zwei Ihrer Wortscher zurück, damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben dem Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einem Ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden Sie mich hoffentlich noch nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Salamul. Okay. Und hier ist raffiniertes Palladium. Ganze 600 Einheiten. Wortscher. Wahrscheinlich. Wortscher. Brenne. Ja, das war's für den. Oh, da unten sind noch wesentlich mehr. Treffe ich den von hier überhaupt, den Container? Aua. Okay. Okay. Wow, 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 wow. Brennen, wow. Ich schieße einfach mal drauf. Ach Mensch, da drüben ist ja noch einer. Naja, der wird wohl verbrennen, oder? Natürlich nicht. Ein Schuss fehlt immer. Wow, wow, wow. Oh, ich sollte mich vielleicht auch in Deckung, äh, retten. Brenne. Oh, verdammt. Das klappt nie so, wie ich es möchte. Ich geh mal runter. Oh, oh. Niedigel? Wieso das denn? Merkwürdig. Ähm, schmettern. Oh, Mann. Flieg. Was zur Hölle geht hier ab? Ah, lass mich aus dem Spiel. Wow. Woher kommen die denn? Die poppen plötzlich auf. Das war echt merkwürdig. Da war doch gerade eben nur noch einer. Plötzlich waren wieder drei Stück da. Egal. Kalusk. Einige meiner Watcher sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn sie wollen. Äh, achso. Wenn sie wollen, dass meine Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Woher sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Garam nach seinen Einsatz... Äh, nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für den Mineneinsatz gut genug sind. Salam. Puh. Okay. Ja, ich habe keine Lust gegen die Menge an Watchern zu kämpfen. Das ist anstrengend. Ich mag keine super anstrengenden Kämpfe gegen euch. Ihr seid nervig. Feuerspezialist. Aha. Sehr schön. Woop. Ach, da ist noch einer. Wie immer. Es gibt immer noch einen. Oh, das sieht lustig aus, wie der... der Schusseffekt, obwohl ich gar nicht mehr schieße. Die sind wieder oben. Okay, das ist einfach. Geht es nicht über Belastung? War das nicht so? Was es dann mehr... kaputt macht? Stand doch mal an einem Tooltip. Mensch, Mensch, Mensch. Lasst euch doch nicht alle töten hier. Brennen. So. Okay, Miranda ist einfach mal umgefallen. Sie ist gestolpert, sagen wir einfach. Im Lände. Im Missionsbericht. Hallo? Ist der jetzt tot? Der kämpft ein bisschen. Brennen. Hat der überhaupt getroffen? Anscheinend nicht. So, das war's für ihn. Die da oben kriegen wir jetzt aber nicht so aus dem Versteck raus, anscheinend. Hm, okay. Tut dir irgendwas weh, oder was ist los? Komisch, ist er jetzt doch gestorben. Einfach so ganz plötzlich. Von alleine. Merkwürdig. Hey, ein paar Tropfen Wasser. So. Wzip. Okay, das ist aber keine wirkliche Basis bis jetzt. Wow. Okay, warum ist direkt vor mir ein explosiver Container? Dritter Gashaus? Nicht allzu wenig übrigens. So wie es scheint. Okay, von hier kann ich anscheinend nicht angreifen, aber ich kann taktisch mir alles angucken. Was auch ganz praktisch sein kann. Wow, Kalusk. Hier ist Kalusk. Das ist überhaupt nicht gut. Beide, greift mal ihn bitte an. Überlastung. Oh, ich kann ihn nicht schmettern, weil er immer noch von einem Schild geschützt wird. Jetzt kann er brennen. Oh, der Krugana ist im Ansturm. So, jetzt kann ich ihn aber schmettern. Sehr praktisch. Oh, das hat ihm auch wehgetan. In your face. So. Eww. Gelbes Blut. Wirklich? Wieso denn ausgerechnet gelb? Hätte lieber Rückenwind. Ja, Feuer ist wind. Ganz praktisch. Da ist noch einer. Punch. Aufbold. Sehr gut. Interessant. Klage genau zur Inspektion vor. Pong. Na komm. Na Gott, dann gehen die Dinger nicht sofort geburt. Oh, oh. Wie weit? Oh, ach so, wir müssen einfach nur abhauen. Wir haben noch genug Zeit am Akzern, glaube ich. Ja, ja. Das war jetzt so die Mitte der Basis. Das ist wieder nur so eine kleine Mission gewesen. Kleine, feine Mission. Trotzdem möchte ich jetzt wegrennen hier. Evakuieren. Haha, und genau in dem Moment explodiert du das. Genau. So. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Waffenherstellungsanlage des Bloodpacks ausgeschaltet. Waffenherstellungsanlage des Bloodpacks ausgeschaltet. Watcher-Soldaten des Bloodpacks dezimiert. 125 Erfahrungen. Ein weiteres Upgrade. 7500 Credits. 2000 Palladium und... Auch diese Mission ist abgeschlossen. Feinde, deren Waffen sich erhitzen, lassen sich bei ihrem Tod auf Thermomagazine fallen. Äh, lassen bei ihrem Tod auf Thermomagazine fallen. Bäh. Aha. Okay. Tun es aber nicht alle, Waffen. Merkwürdig. Außer natürlich die schweren. Gut. Wahrscheinlich haben wir wieder eine neue ungelesene Nachricht. Doch nicht. Naja, gut. Dann, bevor wir weitermachen. Ich bin Dennis von den Rittogamedudes. Das war und ist Mass Effect 2. Wir sehen uns bei den nächsten Parts. Ciao, ciao.